Kennt ihr das erste Video von iCrymax? Ihr denkt wahrscheinlich ja, aber das erste Video von iCrymax ist nicht auf seinem iCrymax-Kanal. iCrymax hatte davor schon drei andere Kanäle. Der Major Max, MrGermanLP und davor sogar noch einen. Aber sein allererstes Video, was noch online ist, ist auf dem MrGermanLP-Kanal. Und das heißt neuer Kanal und wurde am 16. August 2013 veröffentlicht.